und ja ich habe auch schon gesehen direkt beim ersten gebet wir sollten uns vor allem jetzt um ihre story kümmern schatten der vergangenheit schauen was uns im schatten ihrer vergangenheit erwartet dass es nicht genug ausdauer hat auf jeden fall ansonsten ganz hübsch vor allem sie braucht halt in eiswürfel also den ice cube war zu erwarten und das wäre der redhorn hat anscheinend wie immer alle hände voll zu tun was das hört sich wahrscheinlich nach jenen an ja ja Die Hard-Won-Friedenheit, die mit dem Fall des Dekarabian war wieder verloren, als Slavery spreadte throughout die Lande. Der erste Dandelion-Knight, Vanessa, hat die Revolution, die den alten Aristokratischen System verabschiedet hat, und die Knights von Favonius verabschieden, die Monstadt zu werden, die Sie heute sehen. Die Aristokraten, die die Leute von Monstadt verabschieden, waren nichts anderes als die Lawrence-Klan. Oh, Paimon versteht das? Also die Klan-Descendanten schämen mit den schlechten Leuten, um mehr dummliche Städte zu verabschieden? Wir verwenden so viel, obwohl wir noch keine soliden Beispiele bekommen haben. Der Grund, warum ich Sie heute hierher verabschiede, ist, um Sie zu helfen, uns diese Sache weiterentwickeln. Wann denn ausgerechnet ich? Leider waren die Knights von Favonius und der Aristokratie für so lange wie ich mich erinnern. Wir haben bereits alle möglichen Beispiele für unsere Unterschiede, aber es scheint, dass die Aristokraten der Aristokratie immer antagonistisch für die Knights. Es ist egal, was wir nehmen, wenn wir sie mit ihnen beschäftigen, das Ergebnis ist immer das gleiche. Unsere Anstrengungen nur durchführen, dass wir nur noch mehr Kohlen auf die Flamen. Wir könnten kommen auf ihre Tür auf die Gründe auf der Suche Warrant gehen, aber wenn die Investitionen kamen, Ich bin doch auch ein Ehrenritter. Du bist, in Wahrheit, der beste Kandidat, um die Knights von Favonius zu representieren. Aber du musst nicht auf die Rolle als der Honorary Knight bezeichnen. Du bist ein Traveller aus einer distanten Land, und du kannst die Aristokraten in dieser Art. Wenn du mit den Lawrence-Lawrence-Klan bist, wirst du in eine gute Position, um mehr von ihren möglichen Beispiele mit der Fatui. Oh! Lass es für Master Gene zu kommen, mit so einen thorough Plan zu kommen! Vielleicht haben solche Plan zu sein, nachdem alle die Diplomationen die ich mitgebracht habe. Der Name der Lawrence-Klan-Klan-Member in Frage ist Schubert. Lassendlich, er kann oft sein, nach den Norden-Kläuten-Wallen. Es ist gesagt, dass er sehr schwer zu kommen mit, wegen seiner temperamentale Disposition, aber wenn wir ihn ruhig anrufen, dann sollte man sich nicht ohne Hinge gehen. Dann werde ich das übernehmen. Thanks again for your help. If you run into any Snags along the way, I'll do anything in my power to support you. Die Gichte mehr enthoben. Wo müssen wir jetzt hin? Also einfach mal raus. Reporten wir uns mal raus, geht schneller. und wir sehen uns mal raus. Wird mal verstecken spielen. Ja. Ich könnte das mal raus spielen. Tümmern, aber da gibt es so viele Videos dazu. Das fragte ich mich auch. Gibt es ein Problem? Gibt es so viele Gäste hier und mich in so eine wunderschöne und wunderschöne Wunderschöne? Gibt es, dass ich dich nicht kennenlernen, ich kann nur sagen, dass du ein Traveller von irgendwelchen Wunderschöne. Ich werde dich wissen, dass du mit der Schubert Lawrence gesprochen hast, ein blood-descendant von der magnanimous Noblichkeit. Wenn du mich möchtest, best du dir deine Worte mehr vorhin. Such nonchalant manners sind inadmissbar und nie tun. Nun, wenn du irgendwie wunderschöne wunderschöne was ich gesagt habe, dann du auf deinen Knochen, entschuldige für deine neglige Aktionen und gib mir eine richtige Introduktion. Das ist die ähreinheit. Das ist ähreinheit? Paimon hat nie gehört von so komplizierten vorhin. Hm. In former Zeiten, wenn die Leute wussten ihre Platz und Respekt die Tradition, such conduct war nur basic Ich kann keinen Grund wundern, dass sich die Erfolgs-Qualität nicht gehalten hat. Ja. Unsere Klasse, unser Schicksal, was für ein Schwachsinn. Gewissen Anstand, gewisses Benehmen, das kann man auch so an den Tag denken, da muss man nicht irgendwie da reingeboren sein. Also das ist was Master G meant by Difficult to get along with. Was für ein arrogantes... Ich sag's mal nicht. Also der Deck geht gar nicht. Das ist eine lange Geschichte. Danke für deine Worte. Hey. Why don't you let me try to help? What's the problem? Master Gene asked us to build the connection with someone named Schubert Lawrence. But it turned out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone. Especially Paimon. Aha, Schubert. I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. Du hast ihn also auch schon getroffen? I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. Uh, you mean everyone in the Lawrence clan is just a big headache? As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. However, there is one exception among the Lawrence clan. My good buddy, Yula. Buddy? That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the knights of Favonius 4th company. Yula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. Hmm, that's strange. If Yula is a member of the Lawrence clan, then why would Master Jean choose us for the task? Couldn't she just ask Yula? Uh, well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan is frowned upon the fact that Yula join the knights. Her family members don't particularly care for her. In their eyes, Yula is nothing but a traitor to the family. It's very easy to get along with. Just explain the situation and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around storm bear mountains. Thanks Amber. Alright, you heard her. Let's go find Yula. Good luck you two. I've got my own matters to investigate. Who would it guess the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask someone of their own family members? What do you know for me? I don't think that's it. Is it already the lamina? Yes, it's authors that are. I'm not talking about that. dafür ist immer noch china besten sagen ich nehme sie bei stein hält einfach stark ist auch drauf oder ist ja noch einer auch Oh. Sie hilft uns! Oh Gott ist sie flink! Das war so eine letzte Sekunde. Hast du keine Ahnung, wie lange ich diese Angelegenheit habe? Und jetzt bekommst du eine Angelegenheit. Du denkst, du bist stärker, weil du sie zuerst gekommen bist? Mark meine Worte, die Vengeance wird meine. Äh, was? Warte, du willst dich rechnen? Ich kämpfe mit den Fatui. Okay, ich bin mit Kämpfen mit dem Fatui gewohnt. Ich weiß schon wie man kämpft. Ich bin Kämpfe mit dem Fatui gewohnt. Äh, sorry, Pilot doesn't understand what you mean, but... Thanks for your concern. Concern? Why would I be concerned for the safety of my Archenemies? Archenemies? Wait a minute! You were saying how glad you were that we were unscathed a second ago! By which I meant, if you were injured, I'd have to escort two strangers guilty of stealing my targets all the way back to Mondstadt. Which would mean, you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. Huh? So that's how you see all this? Du bist doch nicht etwa Eule. That's me. Heiman thinks she's pretty strange, although at least we can communicate with her. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. Speaking of which, how do you know my name? This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to investigate an aristocrat named Schubert Lawrence. He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to speak with us! Hehehe, I understand now. That's my uncle, alright. But why do you mean to investigate him? Hehehe, I see. Hehehe, you have some nerve to faming a family member right in front of me. I will have vengeance for this too. No, no, no! This is an assignment for Master Gene! It's just an investigation, that's all! Bist du nicht auch neugierig? To the everyday citizens of Mondstadt. Everyone in the Lawrence clan is scum. It's natural for rumors and unwarranted gossip to lead to such suspicion. Hard to avoid such a reputation when you're known as the ruthless rulers of old Mondstadt. Oh, so that's what you think of me? Hm, yet another transgression to avenge. What? What? Didn't you see it first? Oh! Hehehe, curious. We've only just met, and you've already given me three causes for vengeance. It's been a while since I've encountered anyone as interesting as you. Also macht dir das interessante Spaß? You need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. Only then will you finally be able to communicate with my uncle, correct? That's right! Amber told us to come and talk to you! Well then, let's begin your training immediately. It'll be easier to train when we're back in Mondstadt. We'll require other people. We can put that aside for now. Besides, if it's the acting grandmasters assignment, and Amber is the one who recommended me, I'll I should comply. Uh, Haiman's confused. This girl's all vengeance this and revenge that. But she doesn't seem the least bit angry. Is a bit special. Haiman has met bigger weirdos before. Is a bit special, but you can talk with her. Also, from there. Not even more. Ah, she's finally arrived. There's no time to spare. Oh Gott, das wird nichts. Du wartest doch nicht immer noch darauf, dich zu rechnen, oder? Oh Gott, das wird nicht immer noch darauf, dich zu rechnen. Das war also nicht eine leeres Gerede. Das meiste können wir akzeptieren. Jetzt gibt es zwei Punkte, die Aristokraten mit großartig interessieren. Deine Sprache und Deine Sprache. Wir beginnen mit deinem Sprache. Aristokraten haben eine sehr unigere Art von Behandlung. Auch mit modernen Themen. Oh, Paimon hat bereits gelernt, eine unigere Art von Behandlung. Mark meine Worte, Vengeance wird mir sein! Nicht so nah. Und in der Fall, es klingt strange. Hey, ich habe es gelernt von dir! Und nicht du sagst, nicht zu kreieren anderen strange? Es ist, dass du nicht die Regeln von deinem Klan ausgesprochen hast. Nein, ich habe keine Chance, mich zu verabschieden mit solchen frivolten Formalitäten. Hier, ich kann mich demonstrieren. Zum Beispiel, wenn du eine Freundin möchtest, kannst du sagen, als die Morgendühe grüßt die kommende Nacht, also ich grüßt dich, mein liebster Freund. Uh, als die Morgendühe machte, was jetzt? Oh Gott. However, such eine Phrase kann nur während der Morgenstunden benutzen. Also, die Partie mit dem du bist bist, muss man ungefähr den gleichen Status wie du. Morgendühe ist nicht uncommon, das hört sich aber sehr umständlich an, nur um einen Freund zu grüßen. Oh, nein, nein, nein. Du musst prudent mit deinen Worten sein. Kommen jemanden einen guten Freund, könnte sie leicht verhindern. Uh, aber wirst du nicht einfach sagen, mein liebster Freund, in deinem Beispiel? Ich bin verwirrt. Ja, ich habe. Aber du musst wissen, in der Lorenz-Familie, dear Freund ist eine bestimmte Phrase, die nur benutzt werden kann, bei bestimmten Freundinnen, mit denen man befreundet ist, aber nicht besonders nahe. Es klingt viel einfacher, wenn man befreundet hat, eine liebe Freundin zu sagen. Also, eine andere Sache, zu erinnern, die Aristokraten sind mit der Gesicht, und politisch. However, wenn du eine liebe Freund, um einen intimen Freund zu sagen, der Recipient würde denken, dass du deliberately versuchen, ihn zu erinnern. Oh Gott. Wie kompliziert. Wie kompliziert. darfst Du noch ein? Dann Echt. Beide ich, das alles zu verstanden. Das ist sehr abstrakt. Um, vielleicht wäre es besser, wenn du eine Realid-Empflicht hast. Oh, sehr gut. Komm mit mir. Wir entscheiden uns, mit dem reden, man mit einigen Beziehung zu verurspeiten. Oh, du bist Eula von der Lawrence-Klan, richtig? Das kann nicht gut sein. Ahem. Du da, Lohli-Laborer. Du bist in der Präsent von einem Mitglied des Illustrieren Lawrence-Klan. Ich habe Worten für dich. Bitte begrüß die Glorie bestätigt auf dich von der Noblichkeit... Uh, was kommt weiter? Oh, genau. Von solemnlich auf den Boden, mit der höchste Wahrheit. Huh? Ich kann nicht die Hände oder die Hände von allem, was du sagst. Hold on, was sie mir immer beheben? Whenever eine Dispute entsteht, die Prächtigung der Familie und der Dignität immer beherrscht. Ich verstehe. Als Lohli-Laborer, du wirst absoluten Räubern, wenn du mit denen, unter denen du so gräßig bist. Wie darfst du in so einer Weise sprechen? Ach, ist jeder von der Lawrence-Klan so strange? Die Tage der Lawrence-Klans-Tyrannie haben lange verstanden. Ich bin nicht interessiert, was du zu tun hast. Nur schlägt es. Du hast das missverstanden. Wie gesagt, ich bin nicht interessiert, was du machst. Ich habe nichts zu sagen, zu jedem Mitglied der Lawrence-Klan. Und hier ist ein Wort von Geist. Ich würde mich nicht verletzen, zu nahe mit einem anderen in Mondstadt-Klans. Wenn das alles, werde ich gehen. Ich bin Angst, dass ich mich nicht kontrolliere, wenn wir noch mehr sprechen sprechen. Hey, hey! Keine Ahnung! Halt! 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 Da, Lohli-Toyler. Du bist in der Präsent von einem Mitglied des Illustrisches Lorenz-Clan. Ich habe Worten für dich. Bitte behebte die Glorie, die dir auf dich von der Noblichkeit, und sollehmlich kneel auf den Boden, mit der höchste Stärkung. Huh? Warum nicht du reagierst? According zu dem Verhältnis, muss ich warten, bis du komplett kneelst, bevor ich die nächsten Worten sage. Ah, genau. Ich muss nicht auf dich zu lange schauen, oder ich werde mehr Aufmerksamkeit auf unsere Unterschiede in der Stattung. Oh, mein Gott, ich habe schon seit einem Zeitpunkt geschaut. Okay, du kannst dich selbst die Formalität des Kniegelsen, als es vielleicht ein bisschen inconvenientes ist. Ich werde weitergehen. Oh, warte. Ich denke, es gibt eine Länge für Leute mit rüchten Attitudes in dieser Situation. Hey, stopt mich auf mich, oder ich könnte etwas sagen, was du nicht gerne hörst. Ich glaube, wir sollten es lieber lassen. Oh, Mann. Es tut mir ein bisschen leid. Oh, Lowly Worker, ich... Ja, ich habe es bereits gehört, bevor. Schau, mir einfach Zeit, unsere Antwort ist immer das gleiche. Wir haben nichts zu sagen, die Leute von dir. Ich meine, wirklich, kannst du einfach nur ein Hinten? Bitte, calm dich. Wir wollen keine Probleme geben. Ich weiß, dass sie ein König von Fevonius ist, und dass die Königs nicht verletzt werden. Ich glaube, es gibt ihre Hoffnung, aber der Name Lawrence, die sehr viel Kraft mit dem. Auch an diesem Tag, die Zähne der Lawrence-Klan sind immer noch schämt, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um ihre Runde zu retten. Und wenn das nicht genug ist, hier bist du mit deinem wunderschönen Weg zu sprechen, um einfach zu tun zu tun? Nicht du für die Gefühle von uns normalen Menschen? Du hast einen Punkt. Aber mach meine Worte, diese Transgression wird nicht nicht bemerkt. Huh? Du willst kämpfen? Listen hier, ich bin vielleicht kein Spiel für dich, aber ich werde sicher sein, dass ich mit den Knights von Favonius mache. Jeder sollte erstmal einen Schritt zurück machen. Ich bin sorry, aber ich will sie verstehen, dass ich ernst bin. Listen hier, wenn du nicht Dinge mehr unbefassbar werden willst, dann wäre es besser zu stoppen. Vergiss es. Es gibt keinen Punkt in quarrelinge. Los geht's. Los geht's. Es geht's. Es geht's. Das passiert sehr oft. Wir holen uns jemanden zu sprechen. Uh, Paimon denkt, dass wir genug haben. Also, wir müssen uns aufhören. Eigentlich, Paimon denkt, dass wir uns entspricht, dass wir uns demonstrieren müssen. Wir hatten keine Ahnung, dass die Gefühle zwischen dem Lorenz-Klan und den Menschen von Mondstadt so bitter waren. Was können wir tun? Der Lorenz-Name ist bereits ein dreckiges Wort in jedem Haus in Mondstadt. Ich habe fast ein bisschen Mitleid mit dir. Ja. Also wusstest du von Anfang an, dass sowas passieren würde. Ja. Warum bist du so bereit für uns zu demonstrieren? Oh, das erinnert mich. Die letzte Person will nicht von meiner Vengeanz. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. Uh, no need. Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the gist of it now. Right? Right? Yeah, irgendwie schon. We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Yula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. To the Drachengrad? What do you want to do with me when the Drachen gehört? Sometimes, when you emprest in your hands. But you're right, yep. I'll talk about another thing. I'm glad you're alright, too. I'm glad you'reimo. I'm glad you're here today. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020